Hey, meine Rawocken und herzlich willkommen und Hallöchen auch an Orso Melinski. Hallo! Moin. Auf was stehst du da Schönes? Was hast du denn da? Also ich stehe ganz unten, die Dorito, dann die Supernatural. Und was ist das hier oben? Ja, was ist das denn, Leute? Sind das neigelnagelneue Fortnite-Blöcke? Ja, das sind die Act Fortnite Lucky Blocks. Nice. Ja, noch nie gesehen. Okay, ich bin gespannt, dass wir da Schönes rauskriegen. Wir haben hier ein Starter-Kit. Bam, 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 bam. Wir müssen ein Bett platzieren, was wir beschützen müssen, Leute. Ihr kennt das, in diesen einzelnen Lava-Bunkern haben wir jeweils eine Überraschung. Hier ist, glaube ich, auch noch einer. Genau. Und wir legen los. Let's go! Direkt das Holz abgebaut. Ja, aber ich hab ja ne Axt, merk ich gerade. Ach ja, stimmt. Die sollte ich vielleicht auch mal benutzen. So, haben wir... Jetzt haben wir einiges an Holz. Jetzt können wir da die Fortnite... Achso, das sind nur Kühe. Ich dachte, das ist was Krasses. Okay, der erste Dropper jetzt schon mal nicht so heftig. Ich hab ein Bettel-Bust... Brustplatte bekommen. Jo, was? Eine Fortnite-Rüstung? Ich krieg nur... Nein! Oh, das hab ich aber schön zurückgeschlagen. Keine Chance gehabt. Das bauen wir auch noch ab. Taktische Schrotflinte. Edina, ich will das gar nicht wissen. Ich krieg ja nix. Ich krieg nur Unsinn. Oh, den Ding. Jetzt hab ich auch was. Ich hab auch ne Schrotflinte. Die halte ich aber falsch rum. Was kann die denn? Oh, nein. Ich bin einfach so runtergefallen. Ich helf dir. Jo, guck mal, was ich hab. Ich hab so ne Chest. Oh, die kann man öffnen. Okay, was haben wir bekommen? Alter. Okay, wir haben das hier bekommen. Wieso treff ich denn nicht? Es ist voll schwer zu... Ah! Ich bin pummeled. Okay. Was? Was? Außer ich hab was pummeled bei Benz. Ach so. Ich hab's auf Deutsch. So. Ah, hier haben wir Munition. Jetzt sollten wir eigentlich auch das Teil hier nachladen können. Ach nee, das ist andere Munition. Leichte, mittlere. Okay, aber das können wir nachladen, oder? Wir laden mal nach. Nee, auch nicht. Irgendwie können wir nix nachladen. Jo, was? Kannst du das so unendlich oft? Ich glaube, ja. Ah, und dann kann man das bestimmt mit Metall kombinieren. Aber nur solange du Materials hast, kann das sein? Oder hast du? Stimmt, ich hab Material, genau. Ja, siehst du? Was haben wir bekommen? Ich hab auch die Fortnite-Battlebus-Hose. Was ist das denn? Okay, wir brauchen, glaube ich, die volle Rüstung, damit das cool aussieht. Was haben wir hier bekommen? Ähm, keine Ahnung. Weiter geht's. Pyramide für die handwerklich Begabten. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Jo, ich hab einen Raketenwerfer. Alter. Oh, ich hab nur einen Schuss gehabt. Ja, den hab ich jetzt offiziell verschwendet. Oh Mann, ey. Okay, was haben wir noch? Ähm, ah, die Bademeister. Oh, na, die ziehen wir auf jeden Fall an. Aber auch noch schön. Zack, was haben wir noch? Ich hab Material. Ich hab Stahl und Holz. Aber ich hab nichts zum Bauen. Ich brauch, ich brauch was zum Bauen, Leute. Was zum Bauen brauchen wir noch? Zack. Boden oder so. Oh, nee. Was ist das denn? Weg mit dir. Zack, zack. Wir öffnen jetzt mal alles straight hintereinander. Oh, da haben wir ein paar Mehrblöcke geöffnet, als wir eigentlich wollten. Was haben wir alles bekommen? Einmal Feuerfische. Herz der Hoffnung. Gibt Effekte. Nice. Engelsapfel haben wir bekommen. Jo, und einen Slurper hab ich gekriegt. Das ist ein Heilungstrank. Kann ich den trinken? Ja, den kann man trinken. Okay, den hebe ich noch auf für den Kampf natürlich. Das wird krass. Das ist halt wie eine Potion quasi, die einem richtig krasse Effekte gibt. Und ich vermute mal, damit kann man sich auch heilen. Ja, damit kann man sich auch heilen. Sehr schön. Ja, ansonsten, wir haben hier die Engelsschuhe. Die können wir direkt mal anziehen. Oh, jetzt können wir uns mal hier den Boden anschauen von Elina. Ich hab die volle Engelsrüstung. Ist die krass? Ich weiß nicht. Also, ich kann auf jeden Fall damit fliegen. Ja, ich auch. Oh, ich krieg hier einen Haufen. Nein. Oh. Kannst du bitte einfach mal an der Insel runtergehen? Ja, ich bin schon weg. Ich hab Stein. Ich krieg immer mehr Materials und Materials und Materials. Aber nix zum Bauen, ey. Alles Gute kommt von oben. Was ist das? Was hab ich jetzt, Leute? Ah, einen pinken Edelstand. Feuerschutz. Ich hab ein mega krasses Schwert. Ein Fortnite-Schwert? Nee, von den Supernatural. Oh, das wollen wir auch dann. So, ich hab alle. Ah, nee, hier ist noch einer. So, ich glaub, ich hab jetzt. Oh, das ist in die Lava gefallen. Die meisten Fortnite. Yo, Elina, guck mal, was ich hier bekommen hab. Was ist das? Ich hab einen Bus gekriegt. Kann ich da einsteigen? Nee. Yo, ist das cool. Was ist das? Kann man sich da draufstellen? Da kann man bestimmt sich Eis holen. Das Eis sieht ein bisschen komisch aus hier oben. Kann man, kann das was? Hallo? Ich glaub, das ist nur Deko. Okay, wir bauen den noch ab. Und hepp. Da kam nix raus, oder? Oh, Mann. Okay, wir haben schwere Patronen. Wir haben drei Loot Cases. Bam, 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 bam. Hier haben wir schwere Patronen. Ich kann aber nach... Kannst du mir mal dieses Bauding geben? Ich würde mir das auch mal gerne anschauen, weil ich kann hier nix... Hallo? Du willst dir das klauen? Nö, nicht klauen. Nur ausleihen. Warum denn klauen, wenn ich dich danach frage? Bitte schön. So funktioniert Klauen. Aber bitte zurückgeben. Dankeschön. Oh, ähm, warte. Was schmeißt du mir weg? Weg, weg. Weg, Boden, okay. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier... Jo, zack. Das ist halt mega. Da muss es aber auch Wände und Treppen geben. Elina! Warte, 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 warte. Material. Ähm, nee. Bauen, Material. Okay, irgendwie kann ich das Material nicht weg. Ah, 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 ah. Stahl. Jo, guck mal. Und jetzt Stein. Jo, das ist mega cool. Okay, warte, hier hast du deinen. Warte, ich schmeiß mal den Sicherheitshalber hier. Und jetzt dein Boden. Bei dir liegt ein Haufen Kram auf der Insel. Ich weiß, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Rucksack. Ähm, wir sind eigentlich ganz gut jetzt schon dabei. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... War auch noch ein Schwert. Das war eine Brustplatte, die direkt runtergefallen ist. Egal. Wir sollten vielleicht hier echt mal mein Inventar aufräumen. Das kann alles weg. Die Axt werden wir auch nicht mehr brauchen. Das Material brauchen wir ja leider auch nicht, weil wir haben ja nichts zum Bauen. Kein Element. Das Bett. Ich wollte fast das Bett wegschmeißen. Das wäre nicht so geil gewesen. Supernatural. Komm. Rück raus hier, was du auf Lager hast. Zack. Ich würde auch das... Oh. Ich baue die aus der Seen doppelt ab. Spitzhack ist zu krass, weil ich Eile oder so habe. Da müssen wir vorsichtig sein. Einmal klicken nur. Zack. 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 So. Was haben wir bekommen? Jo, ich habe auch mega heftiges Über... Alter. Ich habe ein mega krasses... Jo. Was ist das für ein Schwert? Dieses Schwert macht genau 100 Septillionen Schaden. Oh. Das klingt eigentlich ganz geil. Das habe ich auch. Supernatural Treta. Stimmt. Das habe ich auch. Als ob die Schuhe Treta heißen. Wir nutzen ein bisschen Holz, damit wir jetzt hier auch ein paar Dorito Blöcke abbauen können. Weil das ist gar nicht so einfach. Die fallen sonst alle runter. Jo, was ist das denn? Die sind zwar nicht stark, aber... Wie sieht das bitte aus? Warte, jetzt. Wir haben hier noch ein Schwert. Hier eine Sichel. Können die irgendwas? Ne. Zack. Und hier den Hammer. Goldäpfel. OP-Äpfel. Ich habe irgendwie aus der Hälfte der Dorito Blöcke ja nichts rausbekommen. Ist das bei dir auch so? Ja. Echt jetzt? Also, ich habe die teilweise nicht abgebaut, weil ich einfach das Risiko nicht eingehen möchte, dass ich auf meiner eigenen Insel die ganze Zeit runterfalle. Das stimmt. Aber wir haben hier eigentlich eine relativ solide Basis mit Sandsteinen. Was habe ich jetzt rausbekommen? Äh, komm weg, komm weg, komm weg. Ich brauche halt noch eine Brustplatte. Ich habe keine Brustplatte. So, Hosen haben wir ein paar. Helme haben wir auch mehrere. Schuhe haben wir mehrere. Aber Brustplatte noch gar keine. So, hoffentlich. Äh, hier, komm. Außerdem super natural. Dort kommt jetzt eine Brustplatte. Jo, da kam ich so... Oh, habe ich die bekommen? Yeah. Da kam echt eine Brustplatte raus. Haha. Ich glaube, das ist zumindest die... Yo. Okay, der sieht irgendwie ein bisschen... Die hat keine Textur. Die sieht ein bisschen cool. Ah, nee. Hier liegt sie noch. Oh. Okay, Leute. Zurückgerudert. Ich habe doch die Brustplatte. Sehr schön. Zwei haben wir jetzt sogar. Das habe ich von jeder Sache. Zwei. Dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt mal das Bett. Wo machen wir das denn am besten? Damit die Dina das nicht sofort... Nicht sofort wegrockt. Ich würde sagen, hier. Können wir das einbauen? Ja. So ein bisschen. Damit wir so ein bisschen Schutz hier zumindest haben. So. Damit sie wenigstens einen Block abbauen muss. Jo. Flup. Ha, ihr habt gedacht, ich fahre in die Lava, ne? Haha. Aber ich kann fliegen. Hier haben wir die Marsblöcke. Da habe ich ja genau die richtige Truhe sofort erwischt. Bauen wir ab. Zack. Marsblock Nummer eins. Das war... Oh, eine Brustplatte. Schön. Die haben wir ja gebraucht. Also eigentlich ja da nicht mehr, aber... Lucky Block Nummer zwei. Oh. Die wird direkt reingeschmissen. Zack. Eine Weltraumstärke-Potion. Block Nummer drei. Legendary Mars... Die würde ich mir am liebsten auch sofort reinpfeifen, aber... Nina, was machst denn du da? Ich habe dir gerade meine Sachen in der Kiste. Du hast eine Kiste? Ja, hier vor mir. Und die muss... Schade, dass die Rockets nicht mehr haben. Sonst würde ich die ja direkt wegsprengen. Aber ich hatte nur einen Schuss. Jo, die sieht heftig aus. Jo. Haha. Okay. Ab zum nächsten Bunker. Wir nehmen den hier. Hup. Was haben wir da für Blöcke drin? Zack. Future. Boah. Wann hatte ich denn das letzte Mal die Future? Zack, 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 zack. Brauchen wir auch nicht. So. Okay. Mal schauen, was die Future hergeben. Die sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Zack. Kiste. Und ein Ring. Jawohl. Nice. Komm, jetzt gibt es was Gutes. Ein Onyx oder ein Ruby oder so. Feier. Oh. Stärke 1. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Weiter geht's. Drei Blöcke haben wir hier noch. Ein Herz, was passive Fähigkeiten, glaube ich, macht. Aber ich habe so viele Fähigkeiten, dass ich das gar nicht mehr erkennen kann. Okay. Drei Blöcke haben wir noch. Zack. Block Nummer 1. Eine krasse Brustplatte. Block Nummer 2. Einen krassen Plattenspieler. Heftig. Und Block Nummer 3. Änderrahmen. Brauchen wir nicht. Wir fliegen zurück. Da dieses Schwert tatsächlich so heftig ist, dass einfach ein Server abschmiert. Ein ganzer Server. Haben wir mal uns erlaubt, die Waffe zu tauschen. Jetzt haben wir die Engelsklinge. So pirschen wir uns jetzt hier an. Oh, ich muss ja erstmal was nehmen. Ich habe ja keine Effekte mehr. Feuerfisch. Und Engelsapfel. Und let's go. Über die Plattenspieler. Oh, da ist mal durchgefallen. Hast du das in den Trick? Ja, ich auch. Ein Troll, ey. Aber manche, die halten doch. Aber manche irgendwie nicht. So kommerziell, Lina. Zack. Jump and Runs geht's. Zack. Ab die Lava mit dir. Oh, Helm, du kannst ja vorhören. Wo kommst du denn her? Ja, ich kann fliegen. Oh, Alter. Das war so eine heftige Kompo. Hier, du hast das Bett nicht mehr eingebaut. Nimm das. So, wir nehmen mal so eine Bandage. Was machen die? Ich denke mal, die heilen nur, oder? Die springen mir ja nichts. Okay, hat mir das was gebracht? Ich habe keine Ahnung. So, wir tauschen mal die Rüstung. Oh, meine Schuhe sind fast kaputt. Wir brauchen neue Schuhe. Einen Helm nehmen wir auch mal einen anderen. OP Goldapfel. Pass auf. Geh weg. Hey, das war voll komisch. Ich bin gerade viermal geworben. Ja, das war richtig. Guckt mal in den Chat, Leute. Elidas, eins, zwei, drei, vier. Du bist fünfmal gerade. Ist doch richtig komisch. Hä, lass das nochmal machen. Elidio, bist du so schwach, ey. Ich weiß. Achso, weil ich keine Rüstung habe. Achso. Okay, dann schauen wir uns mal Elinas Kiste an. Oh, die ist leer. Ich dachte, du hast alles in deiner Kiste gelagert. Ey, das habe ich alles wieder ausgenommen. Achso. Das weiß ich doch nicht. Mann, hör auf da rein zu gucken. Das ist verboten. Ey, geh weg. Wo bist du? Warte. Oh, zacka. So, Elina. Genug gespielt hier. Ah, zack. Mann. Jetzt mach doch nicht so einen Stress. Geh doch mal weg. Warum stirbst du denn nicht? Elina hat meine Rüstung kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr fliegen. Was machen wir? Ich brauche Rüstung. Zack, 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 zack. Äh, Hose. Äh, haben wir eine Hose? Ne, wir nehmen eine enge Hose. Wir haben keine Hose. Brauchen wir nicht. Jawohl. Lina, was machst du gerade? Geh mal mein Bett. Oh, zum Glück, Leute. Haben wir schnell einen Block. Wieder zubauen. Gegen Angriff. Warte, wir nehmen. Ah, ich glaube, der Feuerfisch ist geil. Dann ist es so gegen Feuer, ne? Weil wir spielen hier auf Lava. So, und jetzt die Bomben müssen wir definitiv auch benutzen. Die sind übelst OP. Boom, abgebaut. Ey. Bist du tot? Ja. Oh, wo bin ich denn gespawnt? Ups. Alarm, Alarm. wir können nicht verteidigen was bringt mich zum fliegen kann ich damit fliegen ich hoffe ich habe die episode gefallen wenn ja flankt auf jeden fall den like und den abo button plus klickt jetzt dort auf das video wenn ihr zur nächsten episode kommen wollte das neueste video dürft ihr auf keinen fall verpassen also klickt auf jeden fall drauf und dann sehen wir uns morgen haut rein euer wenson